bereits im letzten video habe ich euch präsentiert montecristo 50er short limitierte ausgabe 2021 direkt danach habe ich ein paar fragen bekommen was ist eigentlich der unterschied zwischen montecristo 10 short verpackung und eine limitierte ausgabe die antwort wollte ich auch nicht entgehen lassen und heute präsentiere den unterschied indem ich euch beim aufmachen der kleine verpackung vergleiche einfach diese grill aus die aus der große limitierte ausgabe kommen die kleinen habe ich bereits schon teils ausgeraucht allerdings noch was stück geblieben hier lassen wir einfach so liegen und vergleichen wir auch mit dem verpackung die fast überall erhältlich ist den unterschied festzustellen beide wir sehen sind in eine folie verpackt leichte abtreibbar vergleichen wir die farben was wir sehen sind wohl exakt sind von der form absolut gleich fühle ist fest absolut die gleiche bandage die exakte größe von 82 mm und da ich die cigarrillos auch gerne raucher muss ich auch sagen merke ich auch kaum unterschied die festigkeit ist gleich geschmack ist absolut identisch leicht gras und leichter auch rauch wirklich sanfter man kann man kann auch sagen auch eigentlich für die anfänger ist auch sehr gut geeignet was der unterschied ist eigentlich konnte ich auch nicht wirklich über die jahre feststellen was eigentlich zu geben geben der massen zu geben muss eigentlich geht es um die exklusive verpackung die 2021 raus kam als limitierte ausgabe und für die liebhaber der untergriffe ein feines liebhaber stück eigentlich geschmack muss ich zugeben ist absolut identisch was 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 was